Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des fast täglichen Talks. Heute ist der dritte fünfte 2020 und wir haben die erste Woche Massenpflicht hinter uns. Es gibt aktuelle Zahlen, bestätigte Fallzahlen für Rheinland-Pfalz und ich war letzte Woche das erste Mal wieder nicht im Homeoffice, sondern in der Firma zum Arbeiten. Das soweit die Themen quasi in diesem fast täglichen Talk. Zu den aktuellen Fallzahlen hier in Rheinland-Pfalz, dort wo ich wohne, gibt es aktuell insgesamt 6147 bestätigte SARS-CoV-2-Fälle, 177 Todesfälle leider und 5076 Personen, die wieder genesen sind zum Glück. Also ja, doch einige Todesfälle, muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich kann das jetzt gerade nicht in Relation setzen, weil mir die anderen Sterbezahlen, Todesfälle hier in der Gegend nicht bekannt sind. Ich weiß nicht, ob das mehr sind, wie auch immer. Trotzdem fordert die Krankheit ganz offensichtlich einige Todesfälle, einige Opfer. Naja, mal gucken, ob das jetzt mit der Maskenpflicht hier besser wird. Ich habe die Zahlen mal runtergebrochen auf den Landkreis Main-Kobelenz. Das ist der Landkreis, in dem ich hier wohne. Und da haben wir bisher 347 Bekannte, ja, SARS-CoV-2-Fälle, 13 sind hier im Landkreis bereits gestorben und 305 genesen. Und ja, das macht aktuell, wenn ich das richtig gerechnet habe, dann sind es noch 29 Erkrankte, die hier irgendwo in den Krankenhäusern rumliegen, rumliegen, klingt so blöd, die hier in den Krankenhäusern liegen und behandelt werden. Es sind auch noch ein paar. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann die Zahlen nicht wirklich einordnen. Ich möchte sie auch nicht einordnen. Ich habe jetzt allerdings gesehen, dass der Landkreis Main-Kobelenz, der ja auch sehr aktuell sehr präsent ist auf Facebook und zum Teil Samstag, Sonntag sogar postet, was für einen öffentlichen Dienst gar nicht mal so gewöhnlich ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Da gab es jetzt ein paar Tage, an denen tatsächlich keine neuen Fälle dazugekommen sind und dann am nächsten Tag dann nur eine kleine Zahl, so drei, vier oder so. Also es hat sich ganz eindeutig irgendwas geändert an diesen Zahlen. Also sie sind, soweit ich das sehen kann, weniger geworden. Wenn ich mich draußen umgucke, wundert mich das sogar tatsächlich ein bisschen, weil, ja, ich möchte mal behaupten, wenn ich hier einen Tag über aus meinem Fenster gucke, dann sind wir wieder beim Verhalten von, ja, vor Corona. Es laufen wieder viele Leute draußen rum. Es gibt wieder viele Kindergruppen, die draußen spielen und so weiter und so fort. Beim Wandern oder auf meinen Laufstrecken sehe ich immer wieder ganz viele Leute, die einfach draußen sind in der Natur. Klar, es ist nichts so erhebliches. Ich bin ja dann in dem Moment auch draußen in der Natur und mache meinen Sport. Das soll ja gar nicht der Punkt sein. Aber es ist einfach wieder viel geworden und das sind auch zum Teil, ja, Rennradgruppen, Mountainbike-Gruppen, Wandergruppen, die sich da draußen rumtreiben. Ja, ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Ändern kann man selber da sowieso nichts dran. Und ja, wir werden es sehen. Mit 14 Tagen Verzug bekommen wir ja dann die Zahlen rein und schauen mal, was dabei rauskommt. Ja, die erste Woche Masken tragen beim Einkaufen. Ich war in der Zeit dadurch, dass das auch gleichzeitig meine erste Woche wieder in der Firma war, recht häufig einkaufen, nämlich jedes Mal in der Mittagspause, um mir Mittagessen zu kaufen, so wie ich das immer mache, wenn ich in der Firma bin. Da war ich also wieder ganz schnell, ganz schnell bei den alten Gewohnheiten. Wollte ich aber dann auch bewusst so, weil, ja, weiß ich nicht, ganz Tag in der Firma rumhocken, sich nicht bewegen können, auch in der Mittagspause nicht rauskommen an die frische Luft, das ist einfach nichts für mich. Das hatte ich mir in der letzten Zeit ja quasi so angewöhnt, immer in der Mittagspause rauszugehen. Und das gehört einfach dazu und dementsprechend habe ich das jetzt auch gemacht. Mein Arbeitgeber stellt eine Maske, so eine Gesellschaftsmaske, so ein Stoffdings, was man sich halt vor das Gesicht schnallt. Ich habe selber selbstverständlich noch ein paar andere zu Hause, weil ich weiß, dass eine unter Umständen nicht reicht. Ja, und damit war ich dann einkaufen die ganze Woche über. Jeden Tag, Mittagspause, rein in den Supermarkt, zu essen gekauft und wieder raus. Und was soll ich sagen? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen skurril, aber ich fühle mich tatsächlich wohl mit der Maske irgendwie. Ich finde das aktuell noch sehr spannend, mit der Maske rumzulaufen. Es gibt, ich will nicht sagen, es gibt mir ein sicheres Gefühl, weil die Maske schützt mich ja selber nicht, weiß ich ja ziemlich sicher, sondern sie soll ja die anderen Menschen um mich herum schützen. Aber es ist trotzdem ein Gefühl, das nicht störend ist. Also ich empfinde die Maske definitiv nicht als störend. Ich habe mich da recht schnell dran gewöhnt. Und was ich ganz spannend finde, ist jetzt die Interaktion mit anderen Menschen mit Maske auf. Denn ja, man sieht ja einfach das Gesicht nur noch zur Hälfte, würde ich jetzt mal, oder ganz kleiner Teil eigentlich nur noch die Augen. Und die Stirn sieht man ja, wenn die Menschen die Maske korrekt tragen würden. Und manche schaffen auch das nicht. Aber das finde ich ganz spannend. Da zu schauen, es kommt jetzt viel mehr, habe ich so das Gefühl, zu Blickkontakt, weil man sich einfach jetzt bewusster anschauen muss da draußen, um zu wissen, was macht mein Gegenüber. Erstens mal, ja, wie ist er drauf? Es fängt schon an, wenn man mit dem Einkaufswagen durch den Supermarkt läuft oder fährt. Viele Supermärkte bestehen jetzt ja auch aktuell darauf, dass man mit Einkaufswagen reinkommt, einfach auch um die Abstände, die 2 Meter oder 1,50 Meter Abstände zum Nebenmann, zum Vordermann besser gesagt einhalten zu können. Und wenn man dann sich jetzt so durch die Gänge drückt beim, beim oder bewegt beim Einkaufen, dann fällt mir da immer auf, dass, ja, man muss einfach, man muss aufmerksamer sein, um zu wissen, wo der Gegenüber hin will. Weil man einfach auch nur noch, ja, ganz wenig im Gesicht ablesen kann. Hat er mich gesehen? Hat er schlechte Laune? Ist er in Eile? All das sieht man ja jetzt so irgendwie nicht mehr. Und das beeinflusst, ähm, in meinen Augen auch einfach, ja, die, das, das Zusammensein in diesem Supermarkt. Ähm, ja. Und was mir dann aufgefallen ist, ne, oder wieder aufgefallen ist, weiß man ja eigentlich, ähm, wie sehr man dann doch Gesichtszüge anhand der Augen ablesen kann. Ähm, man weiß, ähm, oder ich meine, ich kann es natürlich nicht bestätigen, weil eine Maske davor ist, ähm, ich, ich meine zu erkennen, wenn der Gegenüber mir quasi freundlich, oder die Gegenüber mir freundlich entgegenlächelt, ähm, um mir zu signalisieren, ja, gehen Sie ruhig in den Gang, ich warte, oder, äh, ich würde gerne als erstes, oder wie auch immer einfach die Kommunikation. Ich meine das zu erkennen in den Augen oder an den Augen, einfach an der Bewegung und, ähm, ja, das ist ganz spannend mit dieser Maske irgendwie, ja, ähm, bei manchen sieht man trotzdem das Gesicht. Ich habe letzte Woche tatsächlich jemanden gesehen, der hatte eine, das war eine ältere Frau, die hatte eine sehr, sehr durchsichtige Maske an. Ähm, man konnte tatsächlich den Mund sehen durch den Stoff. Äh, das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich das so noch nicht gesehen hatte. Das war auch keine Selbstgenähte, das war irgend so was Pseudomedizinisches. Und, äh, ja, da konnte ich tatsächlich, äh, den, den Mund sehen. Und dann dachte ich mir, ob die Maske tatsächlich schützt? Ähm, ja, wer weiß das schon. Ob die Maske tatsächlich schützt? Denke ich mir öfter. Beziehungsweise bei manchen weiß ich ganz genau, dass diese Maske mich nicht schützt. Ähm, und auch alle anderen nicht schützt. Das sind nämlich die, die zum Teil recht beliebten, ähm, FFP 2 oder 3, ich weiß nicht genau, welche Schutzstufe. Auf jeden Fall die, ähm, mit dem Vitil, beziehungsweise mit dem Membran. Das ist ja nur ein Membran und kein Filter, der da aufsetzt. Ähm, der erleichtert einfach, ja, das Ausatmen. So in dem Fall. Ähm, und, naja, jeder, der so ein bisschen mitdenkt, weiß, wenn das Einatmen erschwert ist, nämlich weil ich durch diesen Filter atme, der vor meinem Mund ist, und das Ausatmen dann erleichtert ist, dann weiß ja jeder irgendwie, ne, gegen was diese Maske schützt. Nämlich gegen das Eindringen von, von, ja, äh, Bakterien, Viren, whatever, und eben nicht gegen das Ausdringen. Äh, das heißt, wenn der Dräger tatsächlich, äh, infiziert ist mit irgendwas, oder, äh, ja, wir sagen einfach mal infiziert, weil auch Erkältungsviren, mit denen infiziert man sich ja, ähm, dann schützt diese Maske eben genau nicht den, der vor dieser Maske steht, sondern nur der, der hinter dieser Maske ist. Und, äh, ja, da halte ich dann tatsächlich auch Abstand von solchen Menschen. Ähm, ja, man weiß einfach nicht, ne, also, wenn der dann in seiner Maske hustet, dann hilft mir die Maske relativ wenig, ähm, wenn da sehr gezielt aus diesem Ausatemmembran, äh, ja, die Luft dann durchströmt, ähm, wir alle kennen das, also nicht wir alle, die meisten kennen das wahrscheinlich nicht mehr, ähm, von den RBC, äh, Atemschutzmasken bei der Bundeswehr, da erkenne ich das, die haben nämlich auf der Nase auch so einen Membran. Und dieses Membran ist auch einfach nur, ähm, ähm, ja, zum Ausatmen für den Überdruck. Und nicht, hat keine Schutzfunktion nach außen, sondern nur nach innen. Und, ja, da bin ich mal gespannt, ob, ob, ähm, dieses Verhalten von solchen Menschen mit eben diesen Masken, die nur den Träger schützen, ob da vielleicht bald noch ein Umdenken, ähm, stattfindet? Weiß ich nicht. Wobei, hm, ja, man könnte sich ja auch immer denken, also, wenn der Träger sich schützen will, vielleicht muss er sich ja auch schützen. Vielleicht ist er ja einfach, ähm, ähm, alt und gebrechlich oder anfällig gegen irgendwas. Kann ja auch ein junger Mensch mit Immunkrankheit sein. Und, ähm, also es waren bisher nicht, nicht nur Alte, die ich damit gesehen habe, wo ich, wo relativ klar auf den ersten Blick ersichtlich gewesen wäre, ähm, die tun das aus Eigenschutz. Tatsächlich, weil sie es nötig haben, diesen Eigenschutz. Ähm, aber es waren auch, auch jüngere Menschen. Und ich bin mal gespannt, ähm, ob es da irgendwann eine Diskussion zu geben wird. Ob man sich, ähm, ich sag jetzt mal einfach ketzerisch mit solchen Masken draußen blicken lassen darf, ohne als, ähm, egoistisch angesehen zu werden. Denn, ganz ehrlich, ähm, so unvoreingenommen ich auch versucht zu sein. Ähm, äh, der Gedanke kommt mir auch irgendwie in dem Moment, wenn ich, äh, solche Personen sehe und sie nicht irgendwie 60 plus, 70 plus sind. Ähm, ja, bin ich mal, bin ich mal gespannt, was da passiert. Ja, ich hatte es gerade eben schon angesprochen. Ich war letzte Woche das erste Mal nicht mehr im Homeoffice, sondern in der Firma. Ähm, wir haben in der Firma, ähm, ja, immer noch Minimalbetrieb, ne. Wir hatten bis letzte, vorletzte Woche im Grunde das klare Verbot der Geschäftsführung, ähm, in die Firma zu kommen, wenn es sich nicht unbedingt vermeiden lässt. Das hat, äh, unsere Geschäftsführung jetzt gelockert mit, ihr könnt auch gerne mal in die Firma kommen, wenn euch, äh, zu Hause, ja, Decke auf den Kopf fällt, ähm, oder was auch immer, ne. Viele haben ja auch Kinder und dann ist Arbeiten vielleicht auch nicht ganz so konzentriert möglich. Und, äh, alle sind wir natürlich in Absprache mit, äh, mit der Teamleitung und mit den Kollegen, dass die Büros nicht zu voll werden und, äh, dann auch, wenn man in der Firma ist, unter Einhaltung der Abstandsregelung und, und, und. Ähm, dementsprechend waren auch diese Woche, nee, letzte Woche und auch die Wochen davor, wo ich mit den Kollegen gesprochen hatte, nicht wirklich viele Leute in der, in der Firma. Die Büros waren, ja, minimal besetzt, sage ich mal. Und, äh, auch mittags in der Kantine war es eigentlich, äh, ja, ich würde sagen, sehr gesittet, ne, mit Abstand und so weiter und so fort, äh, diese großen, großen Trauben, wie man das vielleicht aus Kantinen kennt, wenn, wenn ganze Teams zusammen essen gehen oder Abteilungen untereinander, ähm, dann sind es ja schon mal ein paar mehr Leute, ähm, das gab es jetzt diese Woche Gott sei Dank nicht. Ähm. Ja, dementsprechend ist das, denke ich, ganz vernünftig geregelt bei uns, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich war am Anfang, ähm, da nicht so überzeugt von, ähm, aber es wird zumindest, ähm, recht verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst aktuell umgesetzt von den Mitarbeitern, diese, diese lockere Öffnung. Und von daher, ja, wir werden sehen, wie, wie das weitergeht. Und ich weiß auch, dass, ähm, ja, dass für viele von euch vielleicht da draußen, äh, so ein bisschen klingt wie Kindergarten, äh, gerade die, die in der Pflege arbeiten oder die im Einzelhandel arbeiten und sowieso den ganzen Tag da draußen zwischen den sowieso schon bekloppten Menschen stehen, also im Einzelhandel, ähm, oder eben den Kranken in der Pflege oder, ja, wo auch immer. Ähm, und wenn ich dann nach sechs Wochen mal wieder in die Firma muss und, ähm, ja, mit noch einem Kollegen in dem Büro sitze, in dem nur also sechs Kollegen sitzen, ja, ich weiß, dann ist das natürlich Kindergarten. Dann ist das, äh, deutlich, deutlich unter eurer Gefahrenstufe vielleicht oder eurem Risiko. Ich will nicht sagen Gefahrenstufe, das klingt gleich so, so drastisch, ähm, aber unter eurem Risiko. Aber es ging ja bei den ganzen Sachen auch immer darum, den, ähm, unvermeidbaren Kontakt, nein, den vermeidbaren, äh, Kontakt zu vermeiden und, äh, nur wenn es unvermeidbar ist, dann tatsächlich auch Kontakt zu suchen zu Menschen und, ja, die Pflege ist da halt nun mal so ein Fall. Das ist halt nun mal so, wir brauchen die Menschen da draußen und wir brauchen auch den Einzelhandel. Äh, wir können keine Supermärkte aufmachen ohne Personal, das funktioniert nicht und, äh, wir brauchen euch da, die, die Regale einräumen, die uns abkassieren, die, ja, die Filialen sauber machen und, äh, die sich auch einfach leider ganz oft anmauern lassen müssen von der Kundschaft, ähm, brauchen wir definitiv und, ja, ich weiß, klingt vielleicht vermessen, aber dafür möchte ich auch mal Danke sagen, ähm, an die Jobs danach immer noch genauso wichtig und, äh, systemrelevant sind, wie sie, wie sie es jetzt sind, weil im Prinzip, äh, waren sie das auch schon vorher. Äh, Essen mussten mal kaufen, so oder so, egal ob, äh, Corona oder sonst irgendeine Krise oder eben auch keine und auch unsere Alten und Kranken müssen gepflegt werden, ähm, zu jeder Zeit und dementsprechend sind auch die Berufe dann schon sehr wichtig gewesen und, äh, systemrelevant, wie man so jetzt so schön sagt und ich hoffe echt, ähm, dass die Gesellschaft das kapiert, dass dem so ist und, äh, ich hab's ja zwischendurch immer schon ein paar Mal erwähnt, ähm, auch ich hab einen pflegerischen Hintergrund in meinem ersten Berufsleben quasi, ähm, und, äh, ja, auch meine Ex-Frau ist, äh, Krankenschwester und arbeitet quasi in der Pflege, also, ich, ich kenne den Job, ich weiß, wie viele Feiertage man frei hat im Jahr, ähm, ich weiß, wie viel Geld man nach Hause bringt, ohne Schicht zu lagen, ähm, und, ja, es ist definitiv kein, kein Job, den man macht, um Geld zu verdienen, sondern den macht man, weil man den Job machen möchte, ne, da trifft's die Sache mit der Berufung ganz, ganz gut, denke ich, in der Pflege, ähm, ja, weil's einfach ein Scheißjob ist, muss man einfach mal so sagen, so freien von der Arbeit her, ähm, und von der, äh, gesellschaftlichen Beachtung, sagen wir es mal so, die Arbeit ist, ist schön, ich hab das auch immer mehr oder weniger gemocht, ähm, mich dann natürlich dann im Endeffekt dagegen entschieden, in der Pflege zu arbeiten, sonst wäre ich jetzt nicht, äh, hier und ITler und sonst irgendwas, ähm, sondern wäre nach der Bundeswehr in die Pflege gegangen und hätte nicht was anderes gemacht, aber die Arbeit an sich mit den Menschen ist, das ist halt was Besonderes, ne, das, das muss man mögen und wenn man's mag, dann kann man da mit Sicherheit, äh, viel Erfüllung drin finden, ja, und vielleicht, äh, ja, werden diese Jobs auch irgendwann mal so bezahlt, wie sich das gehört, ja, naja gut, das soll's, ähm, zumindest zu dem schon mal gewesen sein, ich hab, ähm, diese Woche einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, bye bye Spotify, ähm, das ist noch so als, als kleines letztes Thema, ähm, ich hab mich entschieden vor, also der fast tägliche Talk 7, weil die erste Episode, die nicht mehr auf Spotify erschienen ist, ähm, somit sind wir jetzt bei Episode 3, die nicht mehr auf Spotify erscheinen wird, ähm, ja, ich hab meinen Podcast ja wieder rausgenommen, ähm, hat mich lange Überlegungen gekostet, aber, ähm, ja, der Grund ist für mich relativ einfach, Spotify geht da aktuell einen Weg, der mir so nicht gefällt, ähm, der mich zwar aktuell noch nicht betrifft, aber, naja, man muss ja perspektivisch schauen und zwar gibt's so ein, ähm, Streaming-Ad-Insertation, sprich, sie können während mein Podcast gestreamt wird auf dein Gerät, ähm, ja, Werbung einspielen an x-beliebiger Stelle zu x-beliebigen Thema und, ähm, ja, der Podcaster an sich muss natürlich noch seine, seine Erlaubnis geben, zumindest ist das aktuell bei den exklusiven Produktionen so, dass klar da Werbeverträge bestehen und, ähm, dann da Werbung eingespielt wird in den Podcast, ähm, jetzt gibt's bei Spotify ja zwei, zwei Modelle, einmal die Free-Version für Streaming, da kommt dann alle drei, vier Lieder oder so, kam, glaub ich, immer, äh, ein kurzer Werbeclip und auch der Hinweis, dass man, äh, natürlich gegen einen Wurf von Münzen, ähm, seine Werbung entfernen kann und, äh, äh, da war ich auch lange Zeit oder bin auch immer noch, ähm, Spotify-Abonnent, also ich höre all meine Musik über Spotify, ja, das ist einfach so seit Jahren, ich bin da mittlerweile auch, ähm, Spotify-Family, äh, Abonnent, um, ja, die Kindermusik aus meiner Playlist zu lassen, denn, ja, wenn man Kinder hat und die auch zwischendurch mal Musik hören wollen, dann, äh, würfelt einem das ganz schön, ganz schön die Playlists durcheinander, wenn man da mit einem Account hört und mit dieser Family-Option geht es halt einfach, dass, jedes Familienmitglied seine eigene Playlist hat und, äh, jetzt kein Bibi und kein Tina, äh, mehr in meiner Playlist sind und auch kein Benjamin Blümchen mehr reinblökt oder sonst irgendwas, ähm, naja, wie gesagt, ähm, die Option nutze ich immer noch und, äh, was jetzt Spotify mit seiner Ad-Insertation hat, ist, ähm, ja, das ist einfach maßgeschneiderte Werbung, die eingespielt wird, allerdings nicht maßgeschneidert auf, auf mich und meinen Podcast, sprich, ähm, ich mach das jetzt einfach mal an mir fest, ähm, einem Lauf-Podcast kommt dann keine Werbung von einem Schuhhersteller, zum Beispiel, ähm, was schon schlimm genug wäre, wenn ich nicht wüsste, welcher Schuhhersteller das ist oder wie auch immer, sondern da kommt die Werbung, die dich als Hörer interessiert. Ähm, ähm, ja, Ad-Targeting in dem Fall, ne, jetzt kann man natürlich sagen, es ist eine super Sache, dass das so ist, dann bekommst du dir die Werbung ausgespielt, die du auch, äh, wirklich machen möchtest oder wirklich hören möchtest, die dich potenziell interessiert, aber wir wissen ja alle, wie gut das funktioniert mit diesem Algorithmus, ähm, sehen wir ja jeden Tag, wenn wir irgendwo auf Facebook oder sonst irgendwelche Seiten, ähm, ja, surfen, wie genau die Werbung auf uns, äh, zutrifft, nämlich, ja, bei mir zumindest, ja, nicht unbedingt. Ähm, auch Amazon macht das ganz toll, nachdem man einen Sonnenschirm gekauft hat, wird man auch ungefähr vier Wochen belästigt mit, ah, wollen sie nicht noch diesen Sonnenschirm kaufen? Ähm, also so ganz so schlau ist der Algorithmus dahinten dran auch nicht. Ähm, was mich aber dann dazu bringt, wenn ihr die Werbung ausgespielt bekommt, die, die euch interessiert, dann traue ich euch mal zu, dass ihr ganz sympathische Kerlchen da draußen seid und auch vernünftige Werbung, ähm, per Targeting bekommt, ähm, was sich aber nicht vermeiden lässt, ist, dass sich das, oder nicht, ja, nicht, ähm, nicht sagen lässt, dass sich das nicht irgendwann mal ändert, oder dass irgendein Idiot da draußen, ähm, meinen Podcast hört und, was weiß ich, irgendeine politische Partei da irgendwann mal Werbung schaltet. Im Blogbeitrag habe ich einfach mal die AfD genannt, äh, muss aber noch nicht mal so schlimm sein. Reicht ja, wenn's, äh, Werbung zur Bundestagswahl der Parteien ist und dann wahlweise, äh, rund um alle Parteien da mal drin vorkommen, was auch nicht unbedingt grundsätzlich schlimm ist, aber, ja, man muss das einfach, man fehlt einfach, oder mir fehlt dann einfach so der Einfluss, Einflussfaktor, ähm, für diese Werbung und ab und zu mache ich ja Werbung im Blog, beziehungsweise im Blog läuft ja immer an der Seite, in der, in der, in der Seitbar, ähm, läuft ja ein, ein Code für, für einen, für ein Werbenetzwerk, äh, Outra in dem Fall und die spielen da immer Outdoor-Werbung ein, ähm, im Podcast gibt's auch ab und zu Erwähnungen von Produkten, ähm, ja, und was wäre, wenn ich jetzt hier gerade ein Produkt erwähne und, äh, dann der Ton runterfadet und dann, ja, ein Konkurrenz- oder Konkurrenzprodukt oder ein Mitbewerber seine Werbung platziert, ähm, ja, einfach, das sind einfach Sachen, die möchte ich nicht, wo der im Strich steht, ich möchte gerne selber entscheiden, äh, für was hier geworben wird in diesem Podcast und, ähm, nicht einfach nur einen namenlosen Slot hier freigeben, der dann gefüllt wird mit Random-Werbung und auch wenn das aktuell jetzt hier in Deutschland nur bei den Exclusives und, äh, Originals ist, also die Eigenproduktion und die Exklusivproduktion von Spotify, ähm, gefällt mir der Weg dahin einfach nicht, möchte das einfach nicht, das ist einfach, ja, der Weg, den ich nicht gehen möchte mit diesem Podcast und, ähm, da gibt's nur eins, da muss man halt einfach gehen von so einer Plattform. Die Sache mit dem Vault Garden möchte ich erst gar nicht ansprechen, ähm, das ist auch noch so ein Spotify-Problem, kann sich ja jeder mal schlau machen, was das mit diesen Plattformen so auf sich hat, ähm, ich bin der Meinung, und eigentlich schon die ganze Zeit, äh, Podcast ist, ist ein freies Medium, es gibt ein RSS-Feed, den man abonnieren kann mit einer App der Wahl, ja, jede App, meinetwegen schreibt man sich selber eine, wenn man's kann und kann dann trotzdem alle Podcasts der Welt hören, wenn man einfach, ähm, den RSS-Feed kennt und, ja, den kann man ganz einfach erfahren, entweder guckt man im großen iTunes-Verzeichnis, da sind die alle gelistet, also so ziemlich alle Podcasts, sag ich jetzt mal, sind gelistet bei iTunes, da muss sich jeder Podcast jetzt zwar selber, ähm, anmelden, aber das gehört einfach dazu, wenn ein Podcast startet, wird bei iTunes sich anmelden, das ist so dieses große, große Verzeichnis und, äh, da gibt's dann auch die RSS-Feeds, die man auslesen kann. Ähm, ja, das ist einfach so der Weg, wie man, oder wie ich denke, dass man Podcasts, ähm, hören sollte, beziehungsweise wie man Podcasts vertreiben sollte, ähm, und, äh, das macht Spotify einfach anders. Äh, ja, kleine Einbuße oder kleiner Nachteil meines Weggangs von Spotify werden sehr wahrscheinlich, äh, die Hörerzahlen sein und die Downloadzahlen, ähm, denn, ja, als ich das letzte Mal in das Spotify-Portal reingeschaut hab, waren's so, ja, roundabout 200 Hörer, die da angemeldet waren für meinen Podcast, das ist natürlich echt viel, ähm, für so einen kleinen Podcast wie den hier. Und ich hoffe ganz schwer, dass viele davon, ähm, den ursprünglichen Weg eines Podcast-Hörers nehmen und den RSS-Feed irgendwo abonnieren in der, in der App. Ähm, und dass einige davon, auch so wie ich, diverse Podcast-Apps nutzen und eben auch Spotify, um einfach, ähm, ja, zu kontrollieren, keine Ahnung, ich, ich kontrolliere mit mehreren Apps, äh, ob meine Podcasts überall ankommen in allen Verzeichnissen, wo ich sie haben möchte und ob sie auch funktionieren und, ähm, also wenn ich einen Podcast höre, dann, ähm, ja, höre ich den zum Teil auf, also lade ich den auf zwei, drei Plattformen runter und ich hoffe, dass das der eine oder andere auch so gemacht hat, wobei das wahrscheinlich wieder viel zu nerdig ist, ähm, und es wahrscheinlich keiner so macht, aber gut. Und ich hoffe tatsächlich, dass, dass einige von den Hörern dann auch hier wieder rüberkommen und die nicht ganz verloren sind und, ähm, da gab's jetzt dann auch schon Feedback zu diesem Blogartikel, ähm, von, von Daniel und Daniel, ähm, beide stimmen mir zu, beziehungsweise können meine Entscheidungen nachvollziehen, ähm, ja, einen habe ich ganz klar als Hörer verloren von den beiden, hat er so geschrieben, äh, da er den Podcast nur über Spotify und seine, seine Garmin hört und, äh, eben wohl kein Handy beim Laufen dabei hat, was ja dann durchaus legitim ist, ähm, finde ich natürlich schade, ähm, ja, aber mit solchen Sachen habe ich es natürlich gerechnet, wenn ich mich von der Plattform entferne, dass da leider, ähm, sowohl für den Hörer sehr wahrscheinlich, für mich auf jeden Fall, ähm, leider der eine oder andere auf der Strecke bleiben wird, der eine oder andere Hörer und mir verloren gehen wird und, äh, ich da darauf angewiesen bin, dass, äh, äh, diese Hörer den gewohnten Weg verlassen über die Spotify-App und, äh, da die Podcast-App ihres, ihres Betriebssystems, ihres Smartphones nutzen, um, ähm, dann weiterhin hier zuzuhören. Ja, ich bin gespannt, wie sich die in der Unload-Zahlen jetzt dann in nächster Zeit, äh, wie die das widerspiegeln werden. Ich werde das natürlich im Auge behalten, ähm, ja. Aber, hey, so ist das. Ein Tod muss mal sterben, wenn man, ähm, gewisse Sachen nicht tolerieren möchte, dann ist das leider so. Dann, ja. Ja. Deswegen wäre es ganz nett, wenn, ähm, ihr diesen Podcast weiterempfehlen würdet, wenn er euch gefällt und ihr meint, irgendjemand muss das auch hören. Es gibt ja nicht nur den, den täglichen Talk, den, also den fast täglichen Talk, sondern es gibt ja, ähm, mittlerweile haben wir auch schon die dritte Live-Episode aufgenommen, Live-Call-In-Show zusammen mit dem Laufwaschdel. Ähm, die vierte haben wir schon geplant. Da suchen wir jetzt noch den fixen Termin, beziehungsweise haben ihn schon und müssen noch ein bisschen vorbereiten. Und, äh, es wird wieder ein zwei-Wochen-Rhythmus werden. Sprich, ähm, nächste Woche ist es nicht. Übernächste Woche wird es wohl werden. Den genauen Termin gibt es ja nochmal auf allen bekannten Kanälen, die ihr so von mir kennt. Facebook, ähm, Twitter, ähm, Instagram sehr wahrscheinlich. Und auch der Laufwaschdel vom Lauf-Foul-Podcast, äh, wird davon nochmal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm, wenn ihr meint, sowas könnte auch eure, euer Umfeld interessieren, dann empfehlt den Podcast gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, ähm, lasst eine Bewertung bei iTunes da. Das hilft, ja, nicht unbedingt dabei, dass, ähm, der Podcast weiter oben erscheint oder öfter empfohlen wird, wie, wie viele immer meinen. Ähm, ähm, aber wenn der mal einer auf den Podcast klickt und sieht, guck mal, der hat ganz viele gute Bewertungen, dann werden diese ganz vielen guten Bewerbungen sich sehr wahrscheinlich, ähm, ja, nicht irren. So verfahre ich zumindest mit Podcasts meistens und höre dann zumindest mal rein und schaue, ob sie mir selber gefallen. Das könnte also schon mal so ein Hinweis sein, ähm, auf potenzielle Neuhörer, dass, dass da was ist, was man sich anhören kann. Und, ähm, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt gerne, äh, auch, ja, bei der Call-In-Show mitmachen, die wir regelmäßig machen wollen, der Laufwaschel und ich. Ihr könnt mir aber auch, äh, für diesen Teil hier, für den fast täglichen Talk, Audiokommentare schicken und, ähm, mir von eurem Leben berichten. Klingt so groß, aber, ähm, vielleicht von eurer aktuellen Situation, ähm, hier im Lockdown, beziehungsweise der Sicherheitser so langsam wieder, wieder lockert. Ha, ein lockerer Lockdown. Ah, ähm, könnt mir gerne berichten, wie ihr mit den Masken umgeht und, ja, einfach vielleicht einen Schwank, Schwank aus eurem Leben erzählen, irgendwas, was ihr loswerden wollt. Und dann bastle ich euch hier rein, dann seid ihr mittendrin im Podcast. Ähm, oder wenn ihr sagt, ey, Sascha, das, was ich dir erzählen möchte, passt gar nicht in eine kurze Sprachnachricht. Ähm, ich brauche da mehr Zeit, dann gebt da auch Bescheid. Dann, ähm, telefonieren wir uns mal zusammen und vielleicht, ja, könnt ihr dann eure komplette Geschichte hier mal im Podcast erzählen, dann machen wir eine eigene Folge für. Da bieten sich dann, äh, sehr gut die Trail-Typen an, ähm, die Podcast-Show im Trail-Running-Podcast, wo auch immer wieder spannende Leute, ähm, ja, zu Wort kommen. Spannende Leute vom Trail, inspirierende Leute. Und, ähm, da werde ich hoffentlich, ich, ich drücke mir selber gerade die Daumen, ähm, demnächst nochmal ein, zwei, drei Leute habe ich noch in der Pipe, die jetzt alle Corona-bedingt, ähm, ausgefallen sind, weil ich solche Sachen gerne persönlich vor Ort mache. Und das ist ja jetzt aktuell nicht mehr wirklich ein möglicher. Vielleicht wird das in Zukunft wieder möglich. Also in naher Zukunft vielleicht schaffen wir es auch tatsächlich, uns da mal, ähm, zusammen zu telefonieren. Oder geht ja alles mittlerweile über, ja, Studio-Link heißt die Software, ähm, über dieses Internet, sich da zusammenzufinden. Und vielleicht schaffe ich das ja mal mit dem einen oder anderen von den Leuten auf meiner Liste. Und dann gibt es auch wieder Interview-Folgen hier. Ja, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ähm, halbe Stunde ist, äh, deutlich länger als alles, was ich, glaube ich, bisher im fast täglichen Talk aufgenommen habe. Aber, ähm, das Feedback zu Spotify und auch die kurze Erklärung zu Spotify oder meinem Spotify-Ausstieg hat jetzt ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Aber egal, muss auch mal sein. Und, ähm, ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Wenn die Episode, denke ich, am Montag rauskommt, ähm, bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auch auf die anderen um euch drum auf. und, ähm, wir hören uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.